Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Silvia Hake und du siehst mich heute hier im Gespräch und Interview mit Jörg Fuhrmann und zwar in seinem wunderschönen Freirauminstitut hier in der Schweiz in Stein am Rhein. Und ja, wir haben uns heute hier getroffen am 22. Juni 2020, ein Tag nach der Sommersonnenwende und wir möchten mit euch einfach so über die aktuellen Zeitgeschehnisse sprechen und auch, ja, welche Chancen und welche Ressourcen auch so in diesem spirituellen Zugang auch zur Psychologie, zur Therapie stecken können, eben um mit dieser Krisenzeit jetzt umzugehen und auch mit dieser unglaublichen Polarisierung, die du wahrscheinlich auch wahrgenommen hast. Und ich denke, da haben wir vieles gemeinsam. Ich habe ja auch sehr früh auch diese Atemtherapie, also Rebursing-Ausbildung gemacht. 1999, du warst ja auch beim Holotopen-Atmen, ja, was ja auch, sage ich mal, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten hat, aber auch Unterschiede. Ja, genau. Und ich denke, das sind so Themen, ja, die uns beide verbinden und ich glaube auch, dass jeder, der sich so auf so eine Entdeckungsreise, so eine Forschungsreise begibt, auch mit ganz viel persönlichen Einsatz, ja, diesen Weg geht. Das ist ja jetzt keine klassische psychologische Ausbildung, wo man dann irgendwie da in der Psychoanalyse auf der Couch hängt, sondern wo es ganz viel auch um tiefe Gefühle geht, ja, oder Traumata, die Sprache der Seele, auch im Bereich Schamanismus sehe ich auch hier so einige Elemente in deiner Praxis. Da habe ich auch Anknüpfungspunkte eben, ne, und ich fühle mich zum Beispiel sehr auch verbunden mit den amerikanischen Ureinwohnern von den USA und auch mit den Traditionen und, ja, und das sehe ich alles hier auch so in deinem Praxisraum, der so richtig so lebendig ist und, ja, so, nicht so klinisch, ja, so steril, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es ist ja doch eigentlich ein Heilraum, würde ich fast sagen, was, wie, vielleicht fangen wir mal so an, bevor wir auf das aktuelle Zeitgeschehen eingehen. Ja, also wenn du jetzt mit Klienten arbeitest und, oder was, überhaupt, was bedeutet das, oder was unterscheidet jetzt so ein, so ein transpersonaler Ansatz oder eine Vorgehensweise, sage ich mal, jetzt von einer klassischen Psychotherapie und warum ist das eigentlich genau das, was wir heute brauchen? Ja, die transpersonale Psychologie, das ist eine Form von Psychologie oder Persönlichkeitsarbeit, die ja nicht kausal auf eine Methode oder so beschränkt ist, sondern es ist einfach ein, sage ich mal, facettenreiches Portfolio von unterschiedlichen Ansätzen und das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was vom Ansatz derjenige, der damit arbeitet, geschult ist. Ich würde es eigentlich eher als eine Philosophie bezeichnen, die in der Lage ist, all diese Phänomene zu erkennen und zu unterstützen und wertzuschätzen, den Raum zu geben und zu integrieren, im besten Fall natürlich auch, die in der klassischen Beschreibung der menschlichen Psyche, von der klassischen Psychologie her gesehen, keinen Raum finden oder nur einen Raum finden, der dann eben entsprechend pathologisiert wird. Also es gab ja lange überhaupt keine Beschreibung für veränderte Bewusstseinszustände, die nicht pathologisiert und zuschreibend waren. Und das ändert sich ja langsam so ein bisschen. Ja, aber dieser ganze Bereich der Spiritualität, der ist natürlich bis dato, und die Phänomene, die dazu gehören, sind ja bis dato sehr wenig mit eingeflossen in das Konventionelle. Und dabei sind eigentlich, Messler hat das mal so schön auch beschrieben, und Wolf Bündig vom Zyste auch, dass die ganz wesentlichen menschlichen Erfahrungen eben nicht messbar sind. Und deswegen hat die Psychologie, weil sie ja versucht, eine Wissenschaft zu sein, die alles messbar, messbar, messbar macht, eigentlich das Problem vom Verständnis von diesen Leuten aus und auch von mir aus, dass sie die wesentlichen Erfahrungen gar nicht oder nur sehr schwer erfassen kann, die ein Mensch haben kann. Aber wenn eine Psychologie die wesentlichen Erfahrungen ausblenden muss, weil die eben nicht gut messbar sind, dann ist die Frage natürlich okay. Was bleibt übrig? Ja, und was für den Wert hat das Ganze dann bleibt auch, wenn man es mal so... Ich meine, es ist schön, dass man so viele Sachen messen kann und bewerten kann und klassifizieren kann, aber es gibt doch eben immer nach, hat Jung ja auch sehr gut beschrieben, an einem bestimmten Moment im Leben eine Frage, zum Beispiel nach dem, wofür, wozu bin ich eigentlich hier? Ja, genau. So, und Menschen, die dann eben so Durchbruchserfahrungen machen, die haben auf einmal Zugriff auf andere Ebenen oder andere Qualitäten vom Bewusstsein und gerade Menschen, die starke, überwältigende Erfahrungen erlebt haben, da ist das häufig der Fall, die sind dann sehr dünnhäutig geworden, hat auch viel mit HSB, glaube ich, zu tun. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe auch volle Punktzahl und habe da ja auch viel, viel erleben und erleiden müssen und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch Korrelationen bestehen zwischen diesen Erfahrungen, der Dünnhäutigkeit und so weiter. Dirk hat das ja auch mal so beschrieben, dass oben der Deckel vielleicht nicht mehr ganz zu ist. Und ja, diese Phänomene kann man dann eben, statt sie einfach zudecken zu wollen, gegebenenfalls auch nutzen. Genau. Und ja, das ist so die Idee dabei. Und wir haben natürlich ein jahrtausendealtes Wissen, also das muss man vielleicht mal sagen, auch im Rahmen der Menschheitsgeschichte in allen Kulturen, kulturübergreifendes Wissen, das sogar sehr ähnlich ist. Das haben ja verschiedene Anthropologen und Ethnologen beschrieben. Und das wurde früher auch häufig pathologisiert. Man hat dann irgendwann angefangen und das zu entpathologisieren. Mit Shea Eliad zum Beispiel hat als einer der Ersten das dann mal zum Beispiel anders betrachtet. Hat gesagt, der Schamane ist ein Ekstase-Experte oder Trauungsexperte. Und den hatten wir ja in allen Kulturen, auch in den Unserigen. Absolut. Die Kelten und Garnanen. Das ist dann ja mit der Christianisierung alles kastriert worden und vernichtet worden. Und da hat man ja ganze Arbeit geleistet. Deswegen haben wir heute eigentlich fast keinen Zu- oder Rückgriff auf die, ja ich sag's mal, unsere Wurzeln. Weil im Sinne des Bonifatius wurde die Donaueiche gefällt und das ist halt so die Wurzel. Der heilige Baum ist die Wurzel und da fehlt uns was. Und deswegen sind wir auch, glaube ich, sehr anfällig für Manipulationen. Das kann man ja zum Beispiel auch in der NS-Zeit sehen. Da hat man diese Dinge wieder ausgegraben und dann für diese Zwecke zum Beispiel genutzt. Sonst wäre das gar nicht in so eine Kraft reingekommen. Ja. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. In meinem Studium der Psychologie wollte ich eigentlich eine Diplomarbeit echt über spirituelle Krisen schreiben. Ah ja. Ich war damals auch schon sehr interessiert an diesen Themen. Das war 1999, 2000 circa. Ja. Aber es war einfach nicht möglich im Rahmen. Eigentlich, ja. Ich hätte nie jemanden gefunden, der das abnimmt und betreut, was ja in den USA wieder ganz anders ist. Da ist ja gerade an der Uni ein ganz, ganz offenes Feld. Also zumindest denke ich mal in den letzten 20 Jahren. Also auf jeden Fall. Ja. Und das kann ich absolut bestätigen, dass eben da uns was fehlt. Ja. Und viele Menschen, ja in England, die haben ja ihre traditionellen Heiler da, auch die ins Krankenhaus kommen, wo auch Ausbildungsinstitute sind. Ja. Und bei uns ist das immer noch so mit, ja mit so, mit Skepsis verbunden. Total. Mit der Frage, ist das seriös? Ist das wissenschaftlich? Und ich hatte letztlich auch eine Klientin, die, die auch sehr spirituell veranlagt war und die von mir jetzt wirklich hören wollte, dass ihre Hochsensibilität wissenschaftlich anerkannt ist. Das war wieder so ein krasses Beispiel, dass ich ihr irgendwie versucht habe zu erklären, dass es darauf ja eigentlich gar nicht ankommt, sondern dass es wirklich um das eigene Gefühl, die eigene Erfahrung geht und dass wir auch aus uns selber heraus uns auch diese Existenzberechtigung geben dürfen, noch nicht für alles jetzt wieder irgendeine Studie zitieren müssen. Ja. Also so ist mein Eindruck, die Studien sind häufig die neue Religion. Ja. Und so der Wissenschaftler ist der neue Hohepriester, das konnte man jetzt auch in der aktuellen Krise sehr gut sehen und es durfte auch nur einen geben, keine anderen Götter neben mir so, nur einen. Ja. Und das ist so ähnlich wie bei der Kirche halt auch. Ja, da muss oben auch einer sein, der das dann. Ja. Und da ist irgendwie, ja für die Menschen glaube ich einfach, da sieht man einfach, wie stark die Verunsicherung auch ist. Und auch viele hoffen dann, glaube ich, unbewusst irgendwie was zu finden, jetzt hier, okay, so ein Kleber drauf, okay, das habe ich, ja, dann ist gut. Dann wenn es das ist, dann habe ich ähnlich einen Namen dafür, das macht ja viel auch eine Erleichterung. Ja, richtig. Aber eigentlich geht es ja, wie du schon sagst, um was anderes. Ja. Ja. Richtig. Ja, Wissenschaft als neue Religion, das würde ich gerne mal aufgreifen, das Thema. Das waren tatsächlich auch so Gedanken, die mir so in den letzten Jahren auch gekommen sind. Ja. Weil natürlich weder das eine noch das andere wirklich objektiv ist, ja, also Wissenschaft behauptet ja immer, so einen objektiven Anspruch zu haben, aber man weiß ja auch durch die Quantenphysik, ne, dass allein durch die Beobachtung eines Experiments das Ergebnis sich ändert. Und da sind wir ja in diesem spannenden Bereich des Bewusstseins. Obwohl ich, muss ich sagen, da bin ich immer, gerade bei dem Experiment steht für mich immer die Frage im Raum, wie haben die das gemessen? Ja, okay. Also, dass es sich ändert, wenn du, durch die Beobachtung, ja, das finde ich mal faszinierend. Also, wenn jetzt keiner geguckt hätte, wäre es anders gewesen. Woher weiß ich das? Ja, das weiß man nicht, aber... Finde ich mal spannend, die Frage. Ja, genau. Aber man kennt ja auch so Phänomene aus dem Alltag, wenn du dich auf etwas konzentrierst oder wenn du dich mit etwas beschäftigst, plötzlich siehst du eine Plakatwand oder jetzt kommt dann irgendein Film gerade im Fernsehen oder der Nachbar redet über das Thema. Das ist ja schon ein bisschen mysteriös, ne? Das ist schon ein bisschen, du meinst Synchronicität, ne? Ja, genau. Ja, okay, das ist mal ein anderer Aspekt, aber der ist sicherlich auch sehr spannend, ja. Das kennen sicherlich alle, die hier zuschauen, die sich mit diesem Thema der Dünnhäutigkeit, Durchlässigkeit mal beschäftigt haben, dass, wenn man auf einmal den Fokus auf eine bestimmte Sache richtet und dann anfängt, dem Raum zu geben, dann scheint das überall durch. Und es bildet sich in unterschiedlichsten Formen ab. Ist so ein bisschen so, wie wenn man ein neues Auto hat oder ein altes Auto, ist egal, und ständig sieht man auf einmal diesen Typ von Wagen irgendwo. Genau. Vorher ist einem das gar nicht aufgefallen. Ja. Genau. Ja, genau. Und das Leben spielt einem dann auch Bälle zu. Also das ist nach tiefen, tiefen Prozessen auch ganz häufig so, oder in diesen Prozessen, dass dann genau diese Dinge so hoch ploppen im Alltagsleben, also in der Alltagsrealität auf dieser horizontalen Ebene, wenn man aus der zurück ist, auf einmal taubt das da wieder auf. Phänomenologisch. Als Symbol, Metapher, wie auch immer. Genau. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt auch für das Interview heute, weil wir haben ja auch so von diesem Abschneiden der Gefühle auch schon kurz gesprochen, dieses Gefangensein im Intellekt. Und wenn wir eben solche Erfahrungen machen, dass das Leben uns antwortet, dass dann auch so dieses Gefühl der Isolation, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit ein Stück weit auch reduziert wird, dass wir sehen, es gibt eine Antwort, es gibt eine Interaktion mit dem Leben. Auch wenn ich nur, quasi nur mir zum Beispiel in der Meditation was visualisiert habe oder ganz fest mir was vorgenommen habe und mich darauf fokussiert habe. Und da kommen wir vielleicht auch gerade nochmal zu diesen Herausforderungen der heutigen Zeit, also Stichwort Ohnmacht, Polarisierung hatten wir angesprochen. Die Menschen sind sehr stark in Angst, eben aufgrund der ganzen globalen Entwicklungen. Man hat auch Studien schon gemacht, dass man auch gesehen hat, dass Anzeichen von Depressionen jetzt sehr, sehr stark zunehmen. Die Suizidquote, habe ich vorher gesagt, war ja eigentlich offensichtlich, dass es passieren wird, aber haben mich einige Leute total vorangegangen, wie ich das behaupten könnte und woher. Und es ist also schon immens ver-x-facht, also zumindest die Versuche des Suizides. Aber je nachdem, wo man guckt, also Australien und so weiter, sind die Sachen, die Zahlen durch die Decke gegangen schon. Also das hat sicherlich einen großen Einfluss jetzt schon gehabt. Ja. Also häusliche Gewalt, Stichwort. Genau. Ja, und auch die Existenzängste natürlich, die jetzt ganz klar kommen. Ja, klar, in dem Zuge ist mit Sicherheit der Suizid für viele eine Folge gewesen. Und das muss man eigentlich auch, alles müsste man das alles mal zusammenrechnen, was sind die Folgekosten dieser ganzen Aktionen da gewesen, muss man sagen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob da jemals irgendwann jemand für zur Rechengastschaft gezogen werden wird, ich befürchte es nicht, aber theoretisch müsste man sich das mal genauer anschauen. Das Abwägen, ja. Ja, ja, ja. Anhand welcher Daten, weil das ist ja auch angeblich wissenschaftlich gewesen. Die Daten. Ja, und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Aussagen, sogar von den Protagonisten, für und wieder, wo sich hundertprozentig dir selbst widersprochen wird. Ja, auch mit den Masken, wo auch es erst hieß vom Gesundheitsamt, glaube ich, wir brauchen keine Masken, jetzt brauchen wir die Masken. Genau, und das ist natürlich etwas, was ganz viel Verunsicherung erzeugt. Ja, ja. Vielleicht als kleine Brücke. wieder zu aktivieren oder spürbar zu machen. Was sind da deine Erfahrungen? Das ist eine gute Frage. Und viele Menschen verlangen dann ja direkt nach einer Übung oder sowas. Ja, die Patentlösung. Ja, ich würde mal direkt an die Leute, ich würde dir mal sagen, wenn du da zuschaust jetzt, wenn du das wahrnimmst, was die Silbe ja jetzt gerade beschrieben hat, dann ist die Lösung mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht irgendeine tolle Übung. Egal, ob das mit klopfen ist oder winken oder vorstellen oder nicht vorstellen. Und das kannst du wahrscheinlich alles mal an die Seite stellen, weil das schon wieder von hier so dieses Linear-Kausale kommt. Und das, was hier aber gefordert wird, ist eine ganz andere Form von Intelligenz, eine ganz andere Form von Wahrnehmung. Das hat was mit Vertiefungsprozessen zu tun. Die fordert das Leben dann einfach von dir ein, wenn du in diesen Situationen quasi von dir selber fair-rückt wirst, also verrückt gemacht worden bist. Ja, aus der Mitte geworfen, könnte man auch sagen. Dann bist du nicht mehr in deiner Achse und dann musst du gar nichts. Aber es wäre gut, wenn du dann schauen würdest, wie du da wieder reinkommst und wie du das, was dich da quasi so herausfordert, nutzt als ein Fahrzeug oder Gefährt nach innen. Und das ist der spirituelle Weg und der spirituelle Prozess. Und das ist keine schnelle Reparatur. Da beginnt der Weg eigentlich erst. Ja, genau. Deswegen sagte Goethe, glaube ich mal, mit Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man auch was Schönes bauen. Ja, und gerade, also viele Leute denken mal, Spiritualität oder spiritueller Weg, das wäre dann der Weg, es ist alles gut, zu leicht und rosa. Rosa Wolken, genau. Und mir scheint die Sonne, sagte man im Ruhrgebiet, aus dem Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also das ist es meistens eher nicht, wenn man sich klassische spirituelle Wege anguckt. Das sind meistens Wege durch die Dunkelheit. Absolut. Oder durch den Schmerz. Und deswegen sagte der Mystikermeister Ecker hat auch, Leid ist das schnellste Pferd zu Gott. Und deswegen muss man sich keine lederne, neunschwänzige Katze kaufen, mit der man sich ständig dann flagellantiert. Das ist damit nicht unbedingt gemeint. Aber du kannst eben die Bruchstellen in deinem Leben, wo du merkst, der haut dich aus der Mitte, die kannst du nehmen für dein persönliches Wachstum. Ja. Und das ist ein Mittel, also das ist eine Aufgabe, die es, das braucht, also das ist mein Verständnis davon. Ja, das braucht Zeit. Genau. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, was du jetzt erwähnt hast, dass es eben nicht diese Übung gibt oder auch nicht diese Knopfdruckmethode, weil viele ja immer Leuchtungen auf Knopfdruck suchen im Prinzip. Und auch gerade diese Arbeit mit den Schatten, das finde ich auch so wichtig. Ja. Oder auch mit Polaritäten, ne? Wir sind ja mit so vielen Polaritäten jetzt konfrontiert, ne? Dies ist richtig, das ist richtig, oder... Meistens wird einem gesagt, du bist falsch. Oder du, es gibt nur eine Möglichkeit, entscheide dich. Ja. Ja. Du bist jetzt die dritte, ja? Ja, genau. Und das, hier hängt ja auch das Labyrinth, ne? Oftmals müssen wir erstmal diesen Labyrinthweg gehen, uns auch mal verirren und wieder zurückkommen. Und auch in dieser, ja, das ist so meine Erfahrung, indem wir uns auch so mit diesen Schattenthemen, auch aus der eigenen Biografie zum Beispiel beschäftigen, oder aus der Familie, Familiengeheimnis und all diese Dinge. Genau, ja. Können wir auch, glaube ich, souveräner auch mit diesen Schattenthemen im Außen umgehen, weil es uns dann nicht so viel Angst macht, ja? Weil wenn du einmal trainiert hast, hinzuschauen und auch diesen Schmerz auszuhalten und zu sehen, ah, ich sterbe da nicht dran, dann kannst du auch eben dieses Drama im Außen auch vielleicht nochmal anders wahrnehmen, ohne dass es dich gleich umhaut, ne? Das ist ein guter Stich, ein guter Satz oder eine gute Aussage. Im Grunde geht es darum, sterben zu lernen. Ja. Besser sterben zu lernen, das sagen die Tibeter, die Nepalis, die ich so in meinem Leben getroffen habe, die sagen das alle durch die Bank und wenn man sich das Totenbuch anliegt oder die Totenbücher durchguckt, egal von welchen, ob es die Ägypter sind, die, ja, die Tibeter sind oder die Mayas, das Totenbuch der Mayas oder Calvait hat sogar eins der Germanen geschrieben. Wenn man sich die anschaut, dann ist es eigentlich immer die gleiche Message. Du bist hier auf der Durchreise, das Leben ist ein kurzer Witz zwischen zwei großen Geheimnissen und du hast also die Chance, dich jetzt hier auf das nächste große Geheimnis vorzubereiten. Und da sind genau diese Ängste, mit denen wir ständig konfrontiert werden, das ist ja wie Ungeheuer im Außen. Du bist ja in der Stadt des Drachentöters, kannst da noch ein bisschen gucken hier. Ja, da gibt es viele Symbole und so, mit St. Georg hier. Also, es sind alles Drachenkämpfe letztendlich, wo wir uns genau diesen Dingen zu stellen haben. Und ja, letztendlich steht ja hinter allen Ängsten immer auch eine Todesangst. Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ganz viel von diesen momentanen Dynamiken, die so mit uns abgefahren werden, da geht es ganz klar darum, diese Ängste, also dass wir uns mit diesen Ängsten auseinandersetzen. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass wir in diese Ängste hineingestürzt werden, dann wird gleich jemand wieder irgendwas schreien mit V-Theoretiker. Ja, das würde ich mal so offen lassen, aber rein phänomenologisch kann man zumindest feststellen, dass diese Sachen gerade sehr gehäuft auftreten. Ja, natürlich. Es gibt zumindest verschiedene Möglichkeiten des Umgangs damit, wovon aber viele ausgeblendet werden und dann das sehr kanalisiert wird. Das könnten wir vielleicht mal so stehen lassen. Weil zum Beispiel jetzt gerade auch in dieser ganzen Krise, die wir jetzt hatten, also die DIVOC-Krise, ich sage das mal rückwärts, sonst wird es nachher geschnitten, gezensiert. Ja, da hat man ja auch Möglichkeiten gesehen ohne Ende in Asien, wie man Leute behandelt mit hochlos Vitamin C und so. Ich kenne auch deutsche Ärzte, die das gemacht haben für sich selber und denen hat das super geholfen, intravenös und so. In Südamerika läuft da gerade so eine Untersuchung, in Ecuador, da haben so 100 Leute behandelt mit 97% Erfolgsquote in vier Tagen ohne Nebenwirkungen. Das läuft auch in anderen Ländern in Südamerika und so, da will man hier aber nichts von wissen. Und das hat auch Gründe, denke ich. Und all diese ganzen Sachen, da muss man sich dann ehrlich mal fragen, okay, wenn das ganze Theater im Außen, mit dem ich ständig wie so ein Ball auf diesen Wellen hin und her geschlissen werde, wer oder was bin ich denn noch, außer dieses ständige da oben hin und her geworfen werden? Und ein Ozean hat immer eine Tiefe und mit der Tiefe kannst du dich verbinden. Darum geht es eigentlich auf diesem Weg, wo ich sagen würde, das ist ein Transpersonal. Und deswegen, weil Transpersonal bedeutet ja immer, über die Persönlichkeit hinaus diese Persönlichkeit zu transzendieren. Ja, würde ich absolut unterschreiben. Und gerade eben in diesen Krisensituationen, auch zwischen Leben und Tod oder wenn auch wirklich jemand verstorben ist in der Familie, das waren für mich immer extreme Beschleuniger oder wie soll ich sagen, also wo diese ganzen Fragen sich geöffnet haben oder wo auch mystische Erfahrungen passiert sind. Oder Krankheit, Unfälle, Krankheit. Da werden wir ganz stark auch mit diesen Themen konfrontiert. Und je mehr wir uns dessen auch bewusst sind und uns darauf einlassen, eben auch die Endlichkeit, die Sterblichkeit, umso weniger sind wir dann auch manipulierbar über Ängste, würde ich mal sagen. Ja, ja, klar. Wenn du in der Angst bist, dann bist du auch nicht in deiner richtigen Frequenz. Das heißt, die Schumann-Frequenz und so weiter, die ist nicht mehr in der Achse. Wenn das schon nicht mehr da ist, dann kannst du gar nicht in Resonanz gehen mit den, ich sag's mal, was alle immer so sagen, positiven Dingen des Lebens oder positiven Schwingungen oder positiven Emotionen, was alle immer gerne wollen. Wenn du in diesem Modus, in diesem Tunnelblick bist, Angst ist ja auch immer dieser Tunnelblick, dann bist du einfach getrieben von den alten Gehirnmodi und da ist nichts mehr viel mit Resonanz. Richtig. Ja, das ist einfach so. Ja. Aber dann bist du ein guter Konsument. Ja, genau. Und dann wird der Horizont tatsächlich auch dieses, ne, immer enger, so das Blickfeld, auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja. Ein Satz vielleicht noch zum Abschluss, auch mit den Wurzeln, das hat mich jetzt auch sehr angesprochen, was du gesagt hast. Auch gerade hier in Europa mit den keltischen Wurzeln, da habe ich mich auch viel mit beschäftigt. Die wurden natürlich auch sehr, sehr gründlich ausgerottet, sag ich mal. Und also was mir immer sehr, sehr hilft, eben auch tatsächlich ist so dieser Kontakt mit Bäumen. Wäre vielleicht auch noch ein Tipp für die Zuschauer. Wenn man sehr aus der Mitte geraten ist, also hilft es mir auch sehr, sehr stark, einfach mal mich an einen großen Baum anzulehnen oder in den Wurzeln zu sitzen und einfach in diesem Energiefeld des Baumes. Gerne ohne Gummi. Nicht zu erden. Ohne Gummisolen. Ja, barfuß, genau. Genau, muss man mal zusagen. Ja, und für viele ist das tatsächlich immer noch befremdlich und so ein bisschen so esoterik-hippiemäßig so angesehen. Und dabei war es für unsere Vorfahren wirklich etwas Heiliges. Normal war, ne? Ja, es gab die Heiligen Heine, das waren die heiligen Bäume. Und ja, das würde ich mir wünschen, dass auch gerade dieser Bezug zu den Bäumen, auch als Lebewesen, auch als spirituelle Wesen, dass der wieder stärker wird hier in Deutschland. Ja. Und dass man das nicht so, wie du sagst, als so ein Hippie-Splien irgendwie abtut, sondern dass man wirklich diese tiefe Verehrung, diesen Respekt und diese Verbundenheit mit der Natur wieder erfährt, ohne das zu idealisieren, aber auch ohne das zu bakatalisieren. Ja, also ich glaube, da sehe ich auch noch einen großen Weg, eine große Chance, dann wirklich auch mal Fernsehen ausmachen, diese ganzen Benachrichtigungen ausmachen und dann wirklich, möglichst ohne Handy, ja, mal zum Baum gehen. Ja, total gut, ja, total schön. Also, ich hatte mal einen Qigong-Lehrer, der hat das ständig gemacht mit den Leuten, um den Baum rum und dann die Übung, ne? Ja, schön. Also, du kannst einen Baum wirklich im wahrsten Sinne des Wortes anzapfen und den auch bitten, für dich was zu transformieren. Ja. Das geht, ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja, das geht, ja. Ist kein Hexenwerk. Ja, und ist vielleicht auch eine schöne, einfache Sache, was die Zuschauer mal probieren können, gerade wenn so Mentaltechniken oder so irgendwie gerade nicht mehr funktionieren, wenn man so in der Angst ist oder so im emotionalen Drama, dass man einfach gar nichts machen muss und einfach nur spüren, erleben, sich mal fallen lassen und einfach so ein bisschen anlehnen an den Baum. Ja, also, das ist genau das, denke ich, was uns ja fehlt und das ist gerade in der heutigen Zeit, wo wir in diese, wie du gerade gesagt hast, unheimlich stark in diese Polarisierung reingepresst werden, in diese Extreme, rechts, links, oben, unten, schwarz, weiß, es ist ja alles nur noch polarisiert, ja, und da musst du dich ständig, sollst du dich irgendwie für eine Sache bekennen und im nächsten Moment ist es wieder die falsche gewesen und so irgendwie, ja. Und in der Hypnose würden wir sagen, das ist eine Konfusionsinduktion, was so aktuell da läuft. Und es geht ganz viel um Stigmatisierung und um Labeling, weil das kann ja auch was sehr Negatives sein, dass Leuten so Etiketten aufgeklärt werden. So, und es geht, habe ich den Eindruck, für den Menschen von heute ganz stark darum, wie Karl Rahner sagt, über die Frommen, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein, ja, und so geht, das kann man glaube ich nicht nur auf die Frommen übertragen, die gibt es nämlich kaum noch, sondern auf den Menschen allgemein, dass es eben darum geht, wieder bei uns anzukommen, weil da draußen wirst du verrückt gemacht.